Das war jedem selbst überlassen. Wir haben das geschrieben an den, ich glaube, an den Rat des Bezirkes Abteilung Inneres oder Rat der Stadt Suhl Abteilung Inneres. So war der Rechtsweg, das wussten wir, an wen wir uns wenden mussten. Das hatten wir auch alles aus West-Berlin erfahren. Und dieses Schriftstück wurde jedem selbst überlassen. Man hat seine Gründe angegeben und wer fand, ob die gesamte Familie, geschlossen oder auch nicht. Und so haben wir das formuliert. Die Formulierungen, die waren richtig. Also sonst hätte man uns schon das bekannt gegeben bei der Abteilung Inneres der Stadt Suhl, dass die nicht formgerecht verfasst worden sind. Welche Gründe haben Sie angegeben? Wir hatten die Reisefreiheiten, die nicht vorhanden sind, angegeben. Und vorher hatten wir wohl auch mal Wohnungsprobleme. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir die auch mit angegeben haben, auch vorwiegend die Reisefreiheiten, die nicht vorhanden sind. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir die Reisefreiheiten haben, auch vorwiegend die Reisefreiheiten haben, auch vorwiegend die Reisefreiheiten haben, auch vorwiegend die Reisefreiheiten haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir die Reisefreiheiten haben, auch vorwiegend die Reisefreiheiten haben, auch vorwiegend die Reisefreiheiten haben, auch vorwiegend die Reisefreiheiten haben.